Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Heartstone Und wir spielen gegen den Typen, der zwei Karten zieht Hmm Was spielt man da? Was war das mit dem Murlocs, ne? Ich glaube, ich mache einen Freeze Mage Mache ich auf jeden Fall Hier mit sowas Und dann Damn Damn, damn Damn, damn, damn Dann auf jeden Fall Da fange ich einen Diener ein Feuerball Jung Das Das brauche ich nicht Äh, nö Flammenstoß auf jeden Fall Was gibt's denn noch? Irgendwas mit Ah, hier Explosives Schafesgut Irgendwas, um halt das Board zu cleanern Ölsuntergangsverkünder Oh, das war's schon Ah, damit werden wir es irgendwie reißen Hoffentlich Wenn ich probiere, wir mal einen Railroad Ah 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 Na, schauen wir mal Ich clean dann erstmal das Board. Das ist gut, wenn man das Board cleant. Das kann man auch richtig gut millen, aber er hat halt ziemlich gute 0 Mana und 1 Mana Karten. Er kriegt halt richtig schnell das Mana zusammen, für alles. Mal sehen, ob der KI intelligent ist. Ich schätze mal nö. Oder? Ah, der wird versuchen, den auf jeden Fall auszuschalten, aber in welcher Reihenfolge? Okay, dann halt nicht. Liegt der Diener? Nein, liegt der nicht, okay. Schauen wir mal. Ah, okay. Diese Plays sind einfach real. Jetzt hätte ich gerne, dass für allen feindlichen Dienern ein Schaden zu... äh, ein Schaden zu. Oder so. Äh... Ah. Ah, das war ziemlich easy. Macht er wieder... wo-o-o-o-o-o-o. Oh. Oh-o-o-o-o. Wombo-Combo. Äh... Bitte, treff den Richtigen. Nein. Treff zweimal. Hält's auf. Na. Wie viele Karten? Was? Was? Wie kann der bitte so viele Karten haben? Ist das dein Ernst? Wie viele sagen soll ich das denn durchhalten? Alter. Unnormal. Mal so. Oh, damit ist er auch erstmal beschäftigt. Yo. Wie viel hat der jetzt? 8, 5, yo. Da face zu gehen ist irgendwie falsch. So, sein Board ist blockiert. Jetzt wird der erstmal gefreezt bis zum Abwinken. Jetzt gleich gibt's die Wombo-Kombo. Das sind einfach mal so viele Karten, das ist richtig unfair. Lol. Lol. Oh, ich muss jetzt face gehen. Kannst du nix cleanen? Alter. Jo. Jetzt brauche ich irgendwas Gutes. Das ist nicht so gut. Ähm. Äh. 7, 9. Hätte ich noch einen Feuerball, hätte ich gewonnen. Wie kann ich denn das Board jetzt cleanen? Da mache ich zwei Damage zu allen. Das heißt, das wird... Ach, das kannst du vergessen. Diese Runde geht an. Äh. Die Idee ist nicht schlecht. Das steht fest. Aber es muss noch ein paar Sachen überarbeitet werden. Äh. Verwandlung brauche ich nicht. Explosives Schaf brauche ich nicht. Das ist gut. Ich brauche noch einen Mör... Ich brauche Mörloks. Und zwar... Mörlok. Alle anderen Mörloks. Er hält jedes Mal, wenn ein Mörlok herbeigerufen wird. Muss ja nicht unser Mörlok sein. Ähm. Den hauen wir rein. Ist ja nicht unser Mörlok. So. Und was wir auch machen werden... Mache ich den Pyroschlag rein? Ja, damit werden wir ihn einfach mal vernichten. So. Machen wir so einen kleinen lustigen Mage, der uns alles erfüllt, was wir erfüllt haben wollen. Der Mage macht alles. Ja, das ist doch schon mal gut. Frustnova machen wir später. Das brauche ich erstmal nicht. Machen wir erstmal das. Erstmal was Simples. Genau sowas. Gebt denen erstmal ein bisschen Damage, indem ihr Mörloks herbeiruft. Danke. Noch mehr Mörloks. So. Jetzt mach mal die ganzen Null-Null-Mörloks. Das ist doch nicht mein Ernst. Danke. What? What? Da bin ich mal gespannt, was er macht. Oh. Oh. Den konnte er schon nutzen? Die KI war gut. Das gebe ich zu. Na. 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 Oder? Das Ende. Ich weiß nicht, ob er Lethal hat. Ich glaube, er hat Lethal. Auf jeden Fall, wenn er noch Mörloks herbeiruft. Na, Lethal. Sonst hätte der den gecleaned. na. Aber so ungefähr. Haha. Ah. Hätte ich die ganze Zeit Frostenhofer gehabt und er hätte immer weiter das Zeug gespielt. Das wäre lustig gewesen. Ich behalte mal den Weltuntergangsverkünder. Murloc wäre eigentlich zum Spielen gar nicht so schlecht, wenn die mal besser wären. Aber die sind halt richtig schlecht. Wie fährt der denn am Anfang? 45 Karten, übertreibst du halt. Legg nur deine Murlocs. Legg du deine Murlocs. Ey, ist immerhin so intelligent und legt keiner. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Floss. Oh. Fängt an, jeden an drei Einschaden. Das wäre nice. Oder so. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Na ja. Mal schauen. Ein bisschen Damage gemisst, ne? Lul. Jetzt gleich gibt's ein Board clean. Ich hoffe so derbe, dass der nicht hier meine Diener killt, sondern Face geht. Der wird Face gehen. Komm. Du wirst Face gehen. Missplay. Lul. Nice. Geh Face. Bisschen mehr, mehr, mehr. Danke. Hä? Ich glaub, er hätte bei einer Rethyl gehabt. Ja, er hatte Rethyl. Oh, so dumm, ey. Ich muss auf den Trübaugen der Alte aufpassen. Er kann mir ordentlich Damage machen. Ich verstehe die KI manchmal nicht, ne? Ich verstehe sie manchmal echt nicht. Ähm. So. Kann das Lethal werden? Ich weiß es nicht. Wenn ich hier richtig den Kanten ziele, bestimmt. Danke. Danke. What? Das ist eh Lethal. Pass auf. Oh. Nice. Sehr schön. Gut. Dann haben wir alles erstmal... Danke für den Stab Raffan. Gut. Dann würde ich sagen, was das, ähm... mit dieser Episode... mit dieser Episode... von Hearthstone... bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen... und sage tschö, bis dann... und man sieht sich. Tschö.